Hi Leute, hier geht's weiter mit TomBeider5 und Lever und einem sehr tollen Part. Wir werden jetzt ein bisschen Anlauf wahrscheinlich gebrauchen, aber das werden wir schaffen. Wovon rede ich? Ich speichere erstmal wieder hier vorne ab. Ich rede von einem kleinen Geduldspiel. Ähm, warte. Weiter, 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 ähm, weiter, 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 und nehmen, 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 nehmen das Ding. Oh. Äh. Ja, wir haben die Iris natürlich immer wieder auf dem, beim ersten Anlauf haben wir die Iris das Artefakt bekommen. Ähm, ich, ich, ich kann's euch nicht sagen, warum es immer gleich funktioniert. Ich hatte das letzte Mal irgendwie keine Lust dazu, aber jetzt hat's sofort funktioniert. Wir laufen einfach mal weiter, weil wir nichts besser wissen. Wir speichern nochmal kurz, weil, hallo, ich hab's beim ersten Mal geschafft. Unglaublich. Wir laufen einen sehr schönen Gang entlang und kommen ins nächste Level. Yeah. Ähm. Ähm. Ja, ähm, ein sehr kurzer Park. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder.